Jetzt! The German Army recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Afrika Korps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Afrika Korps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now, in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. And you'll get more of the Gag Player! This is just a question, it's time to drive you into the sea! Hopefully, everyone can swim! Oh! 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 Let's do it again. What have I done as a fighter? Oh! Sniper! Opa! goofus! You get the stars! Check it out! Goodulee! Genial! Ist da jemand? Wer schießt davon? Okay, jetzt weiß ich es. Dummerweise, dass ich es immer erst zu spät. Wieso macht man das? Stimmt, ich hatte ja mal geschossen. Nein. Wieso macht man das? Wieso? 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 Wieso! Weiß.... Wieso. Und dann ist es zu schocken, so... Ich bin natürlich... Ehh... Reload. Schütte gerne. Wolle ich hier. Ich kann die Hand auf den Weg gehen. Ich kann die Hand auf den Weg gehen. Ich kann die Hand auf den Weg gehen. Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Es ist ein Luxemann, ich kann den Weg gehen. Sonst wäre ich schon nix. Das war's doch. So, ich bin hier rein. Der Gott... Der Gott... Der Eisenwachen... Eisenwachen... Wies... Der Gott... Oh, okay. Oh... Nein! Ich bin hier drauf. Nein, ich bin hier drauf. Ich bin hier drauf. Ja... Oh... nicht da rein, nicht da reinlaufen wieso lebt der noch? Hilfe, er wurde getroffen! Ich hab einen! Ich hab einen! Wauw! 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 Wauw!